So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2 und das letzte Mal hatten wir ein paar Level gespielt, die, naja, nicht so gut gelaufen sind, aber eins ist doch gut gelaufen, nämlich das vom Rasierer. Immerhin eins. Und jetzt möchte ich gerne erstmal gucken, ob hier was Neues ist. Nein, das ist gut, denn dann gehen wir weiter in den Versus-Modus und versuchen mal unseren Rang etwas zu erhöhen. Ja, ja, ja. Das heißt, ich werde den Part jetzt auch nicht allzu lange machen, ich denke mal so 20 Minuten wird das jetzt mal wieder nur sein. Ich habe nämlich auch gerade nicht so viel Zeit, tatsächlich. Aber das ist noch drin. So, Ziel wäre B zu erreichen, mal gucken, ob wir es schaffen. Ich glaube so 5 oder 6 Siege bräuchten wir dafür noch. Verwirrung, Konfusion. Oh, Mensch, es leckt. So, ich nehme an, diese grüne Röhre führt mich da zu dieser gelben, deswegen lassen wir die mal in Ruhe. So. Rausen verabschiedet sich hier. Nein, da wollte ich nicht. Ja, hier hoch darf ich nicht, das sehe ich auch. Oh Gott, gut hier war es. Gut hier war es, der hat alles kaputt gemacht. Ich meine, wie ging denn das? Das wollte ich nicht, aber wie ging denn dieses andere? Geh mal weg. Oh, es sind schon zwei jetzt, ne? Das ist nicht gut. Oh, guck mal, da hat die Katzen, Katzen Mario erwischt. Woher wollte der denn her? Oh boy. Ich wollte halt da drüben mal hoch, aber ich komme nicht hoch. Ah, doch. Ich weiß wieder, wie es geht. Pass auf. Ja, das könnte nämlich funktionieren. Nice. Oh, Junge. Oh, Junge. Nein, da ist das verfluchte Zieh. Nein. Okay. We can do this. We can do this, guys. Nein. Ach, komm schon, jetzt haben wir das Ziel gesehen, jetzt will ich das auch erreichen. Nein. Nein. Oh, oh, der Blaue könnte es auch gleich haben. Der hat es, glaube ich, auch gecheckt, wie es geht, ne? Ja, der hat es auch gecheckt. Oh, oh. Ah, er ist gestorben. Okay, das ist gut. Aber der hat es gecheckt, weil sie mir nachgucken, Mist. Weil sie mir nachgucken, die Doofis. Oh, Junge, das wäre jetzt gut dann. Nein. Oh, Mann, schade. Oh, Mann, schade. 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 Aber das Level war nicht so toll. Ja, sag mal Mittel. Aber, ja, das war, ja, wir hätten es haben können, ich habe gecheckt, insofern ist es halt so. Zum Glück verliert man nicht sofort so viel, wie man gewinnen würde, insofern ist das eigentlich ganz cool gemacht. Lauter D-Spieler. Was ist da denn los? Das gefällt mir nicht, der Name, das könnte heißen, dass man nur einen Versuch für irgendwas hat und danach nie wieder. Wie auch immer das sein könnte, wir werden sehen. Oh, oh. Oh, das leckt. Oh, Mann, alles. Oh, Mann, alles. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich bin unten. Ich glaube, den Aufsetzen war falsch. Nur mal so am Rande. Will ich da hoch? Nützt mir das irgendwas? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay. Okay. Ja, gut. Das ist passiert. Ich glaube, das ist für Versus nicht so gut geeignet, ne? Können wir einfach weiter? Okay. Läuft noch nicht so ganz gut. Wir kriegen das noch hin. Wird gleich besser. Immerhin finden wir recht schnell Gegner. Das ist schon mal gut. Okay, lauter Cs. Der eine ist fast B. Auf. Oh Gott. Japaner. Ist weg ein bisschen. Aber der ist in vorne. Das ist schon mal gut. Ah, wir brauchen eine Katze, ne? Oh, oder eine Shell. Wait, da will ich nicht rein. Ah, verdammt. Schade. Aber das war eigentlich... Na gut, man braucht die Shell und die muss einer holen. Na, ist eigentlich nicht so gut. Kein gutes Versus-Level. Ok, da will ich mich nicht gerne. Na gut, danke. Auf. Ok, das ist noch nicht so gut. Ich habe eine violenheit. Ich geh. Oh Gott. Drei los. Ich habe es nicht so gut gemacht. Ich bin ein paar. Ich habe es nicht mehr. Ich habe es nicht mehr. Spike-Top-Karrens. Oh Junge. Gut. Jetzt setzt Toadette natürlich ganz einfach. Oh nein. Oh nein. Sie wird gleich im Ziel sein. Wenn sie nicht stirbt irgendwo. Oh nein. Ah, ich mache aber auch Mist. Bisher ist sie nicht gestorben. Das ist nicht gut. Oh, aber da ist sie wieder. Hä? Huch. Ist ja viel zu rutschig. Was ist passiert? Ich komme nicht mal über den ersten Sprung. So. Jetzt wo ich die Blume habe. Äh, wo muss ich hin? Okay. Nein. Na toll. Ich bin gleich tot. Oh, da ist ein Checkpoint immerhin. Ach, verdammt. Göndal. Sehr schöner Name. Könnte man auf jeden Fall versus Level nehmen. War okay. Hat jetzt nicht den Eindruck, dass es irgendwie versus technisch ungünstlich ist. Kann man spielen. Kann man spielen. Habe den Rest nicht gesehen. Habe den Rest nicht gesehen. Also, da war auch was mit dem P-Switch. Aber ich hatte den Eindruck, was ich gesehen habe, dass man spielen kann. So, wir sind aber immer noch an dem Punkt. Wenn wir immer noch gewinnen, sind wir immer noch im Plus. Also, wir haben noch nicht mehr auf der Haben- als auf der Soll-Seite. Das ist ganz gut. Ja. Alles klar. Das wird gleich weh tun. Wenn das jetzt einfach zum Ziel führt, ne? Oh nein. Ich sehe es kommen. Oh nein. Das wird einfach zum Ziel und sie ist vorne. Wollen wir wetten, dass genau das passieren wird? Ja. Ja. Toll. Super. Großartig. Was ein Schwachsinn. Mario be like. Ah, was ein Bullshit. Was ein kompletter Bullshit. Was ein kompletter Bullshit. Ich muss nicht ausreichen, um ins Plus zu kommen. Es muss nicht ausreichen, um ins Plus zu kommen. Aber. Spiked Applesider. Oder Sidder. What? Was ist das denn? Oh mein Gott. Das reicht nicht. Das reicht nicht mal, ne? Das reicht nicht mal, ne? Ah, so geht das. Dankeschön. Oh, das war nicht so gut jetzt. Mist, der wird gewinnen jetzt. Ah. Aua. Der Blaue wird gewinnen. Nein, der ist ja wieder hier. Nein, der ist ja wieder hier. Der ist gestorben. Da haben wir ja doch noch Chancen hier. Da ist einfach mal ein Pilz drin. Okay. Wie kommt man denn da rüber? Oh, das ist natürlich auch nicht. Aber wofür das jetzt hin? Ah. Okay, ich warte hier, weil das haut sonst nicht hin. Ah, Mist. Der ist schneller reingerutscht, als ich dachte. Ah, okay, vorbei. Kann man das als Versus? Das Level an sich ist jetzt nicht so cool, aber als Versus kann man es spielen, ne? Das ist für mich ein Mittel. Ich glaube, für die anderen auch. Ah, langsam wird es kritisch. Langsam wird es kritisch. Ein Sieg hätte ich doch noch gerne in dem Part. Das läuft ja gerade gar nicht gut. Ach, dann lass uns doch mit drei spielen, anstatt jetzt 30 Sekunden runter zu zählen. Ja, oder so. Ja, oder so. Jungler Siroppe. Oh je. Ich spüre die Legs. Oh, oh. Komm schon. Yes. Oh, boi. Ähm. Oh, Gott. Wollte ich nicht. Wollte ich nicht. Hilfe. Shish. Oh, oh. Nein, ich... Oh, nein. Oh, das kostet mich jetzt Zeit. Das kostet mich jetzt Zeit. Mist. Ich gegen Toadette jetzt, ja? Ähm. Achso, die muss warten. Nein. Nein. Ah, das war zu erwarten. Aber wir konnten nicht mehr bremsen. Es war einfach zu spät zum Bremsen. Okay, das Problem ist jetzt, sind die Pflanzen hier nicht mehr da, ne? Jetzt kommen wir da nicht mehr. Oh, doch. Toll. Ne? Das ist jetzt nämlich das Problem. Sind die da oben? Aber mit Mario komme ich jetzt auch hoch. Nein, reicht nicht. Ah, verdammt. Das ist jetzt halt ein Problem. Das ist jetzt halt ein Problem. Okay. 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 Yes, danke Mario, tschüss. Oh man. Ja, also wir sind jetzt schon kein gutes Versus-Level. Genau wegen sowas. Okay, die sind gestorben. Der blaue zumindest. Toadet auch. Ist Toadet auch gestorben? Oder ist die noch unterwegs? Ah, die ist hier, okay. Die wartet wieder. Ich bin mal so frech. Ich wollte sie rein schiffen. Nein. Oh, das war doof. Mist. Ah Mist, das war dumm. Ich hab nicht damit gere... Ah, nein. Nein. Ich wollte sie da reinschubsen. Warum hat das jetzt nicht funktioniert? Ach, verdammt. So, komm, wir machen mal hier... Wenn ihr schon einen Pilz isst, holen wir uns den auch. Katzenanzug wäre jetzt allerdings schlauer. Okay, wir nutzen ihn. Oh, es hat nicht... Nein, es hat nicht gereicht. Ach, komm schon. Oh, oh. Das war knapp. Was hätte ich ihm geholfen? Wammel... Nein! Nein! Ah, das hätte... Hätte es funktionieren. Das hätte sein können. Aber Toadette ist halt immer noch unterwegs. Die wird gleich gewinnen. Okay, jetzt können wir gleich wieder zu zweit hier rumhüpfen. Yes! Oh, nice. So, Toadette. Ich komme. Vielleicht. Nein, erstmal nicht. Ja, hat sich erledigt. Cool. Oh, das ist nicht erfolgreich heute, der Part. Das ist nicht erfolgreich noch. Einen Zieg hätte ich gerne. Zumindest einen Zieg hätte ich gerne. Ja. Oh, jetzt kommt der Zieg. Ich spüre es. Wenn nicht, dann müssen wir trotzdem den Part beenden. Dann haben wir einen sehr erfolgreichen Versus-Part. Nicht. Aber wir haben mal wieder Dinge gesehen, die... Kritikwürdig sind. Ach, gucke mal. Was ist das denn? One versus one. Okay. Nehme ich. Oh, das ist ja ein toller Name für Versus-Level. Toll! Unlucky. Komplett unlucky. Und er auch. Okay. 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 Mhm. Mhm. Mein Massied, ja, wohin man kann danach. Also das ist ganz interessant. Aber, naja. Es ist halt nur einmal spannend. Danach weiß man ja, was man machen muss. Oder eben was nicht. Oh. Checkpoint. Unlucky. Aber immerhin nicht gestorben. So. Lucky. Was? Ah. Ah. Kann ja nur sie sein dann. Lucky. Lucky. Unlucky. Okay, wir warten. Lucky. Ah. Lucky. Das ist ja toll. Wow. Aber wie gesagt, das ist ein bisschen für Versus. Wenn es mehr solche Sachen sind und nicht so ein Raddings. Das kann man so ein bisschen abschätzen. Das ist eigentlich okay. Ich mach mal ein Mittel. Aber, naja. Ja. 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 Das ist so. Nur plus 40, weil es nur einer war, oder was? Oh nein. Wir sind noch nicht im Plus. Wir sind noch nicht im Plus. Das geht nicht. Wir haben insgesamt immer noch ein Minus. Das ist nicht gut. Oh je. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Entschuldigung. Wow. Oh nein. Oh nein. Das lädt später lange. Oh nein. Das wird lecken. Oh. Geht auch heim. Das lädt halt einfach gar nicht. Aha. Renn. No. Geil. Das ist jetzt schon ein dummes Versus-Level. Cool. Jetzt schon ein komplett dummes Versus-Level. Aus Gründen, die wir gerade gesehen haben. Einer hat denn den Schlüssel? Was ein Quatsch. Oh, da kommt mir eine Idee. Ja, Mist. Ah, nee. Hätte nicht funktioniert. Okay. Hätte nicht funktioniert, die Idee. Ah. Ach. Dumm. Das ist halt komplett dumm. Nee, nicht mittel. Das ist dumm. Das ist für Versus komplett dumm. Mann, Mann. So, letztes. Ich muss aufhören dann. Ich muss, muss, muss. Oh, no. Wenn es zwei von vier ist und ich gewinne, bekomme ich aber ja trotzdem nur wieder ganz wenig Punkte. No, wir gehen mit Minus raus. Oh. Nicht gut. Na, jetzt sind es doch vier. Okay. Bitte keine Lags. Oh Gott, was? Deutsches Level. Tobi-Jume. Fünf, vier. Bowsers Schloss. Ich gehe da jetzt mal vorsichtig vor, weil die meisten sind gerade schon gestorben, dann? Ja. 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 Wenn ich nicht hier loswerde... Mist. Okay, jetzt ist er aber auch noch gestorben. Hier oben ist nichts, ne? Weil jetzt bringt nichts. Oh Gott, ich kann ja nicht... Ah, ich denke, ich denke mal falsch. Das ist ja 3D-World. Mist. Ich glaube, das Lämmchen ist selbst nicht so schwierig. Dadurch, dass man sich so hetzt jetzt durch den Versus-Modus. Jetzt ist es ein bisschen schwieriger. Oh boy. Da war der Leck. Danke. Danke dafür. Blau ist vorne. Blau wird gleich gewinnen. Nein, Blau ist auch wieder gestorben. Nein. Verfluchte, Lex. Ja, ich sehe, das wird nicht gut gehen. Mist. Wow. Okay, jetzt ein bisschen vorsichtiger. Nice. Ah, okay. Bin ich als einziger vorne gerade? Ich bin als einziger vorne gerade. Oh nein. Halt, da sind Kisten schon. Oh, ich muss neue Kisten setzen. Ach, großartig. Nicht gut. Aber die anderen kommen dann nicht so schnell hinterher. Das ist okay. So, wie setze ich Kisten? Natürlich jetzt auch toll, ne? Okay. Gut. Kisten bauen ist vorbei. Danke dafür. Okay. Bossfight. Müssen wir den machen? Yes. Na gut. Dummes Versus-Level damit, aber in dem Fall egal. Was ist das denn für ein unnötiger Laun? Yes. God dang it. Aber trotzdem doof für Versus wegen der Stelle in der Mitte. Mit dem Bauern ist es ungünstig. Wegen dem Kampf am Ende ist es ungünstig. Ist kein gutes Versus-Level. Schönes Level an sich, aber kein gutes Versus-Level. Und damit sind wir jetzt hoffentlich wieder im Plus. Gibt mir 125 oder so. Yes. Ich hoffe, es hat gereicht, um mich wieder ins Plus zu geben. Ich weiß es nicht. Aber das war insgesamt kein erfolgreicher Part. Trotzdem danke fürs Zuschauen. Erfolgreich war der Part, der noch dann, wenn er unterhaltsam war. Und ich hoffe, das war er. Sollte ich jetzt mal anfangen mit solchen Sachen? Wenn euch der Part gefallen hat, gebt doch einen Daumen nach oben. Ich weiß es nicht. Das wäre halt immer ganz nett, so als Feedback. Wenn 50 Leute zuschauen und am Ende sind so 5 Daumen hoch, weiß man halt nicht, hat es jetzt den anderen 45 nicht gefallen oder? Was ist los? Ne? Also als Feedback wäre das immer ganz nett. Danke fürs Zuschauen dennoch und tschüss. Tschüss.